Ach, Schette, der lootet da vorne. Der auch, oder? Ne, der ist weiter hinten an den Häusern, aber da vorne an diesem... Bau... Da hockt einer. Es hat nämlich Twitch umgeändert, dass wenn man jetzt subpt, muss man immer auf Share klicken. Weil jetzt diese verschiedenen Sub-Sachen gibt, diese drei verschiedenen... Arten von Subs. Und deswegen, glaube ich, muss man da immer nochmal auf Share klicken und dann geht das halt erst. Warte mal, hier ist nur die Shotgun-Buni. Ich hasse das immer. Ich mache mir einen Eiweißsalat mit Thunfisch, Garnelen, Eiern, Zwiebeln, Tomaten und Quark. Ist lecker. Klingt auch lecker. Klingt wirklich lecker. Ja, komm, dann nehmen wir das erstmal mit. Hauptsache, wir haben eine Waffe, ey. Ich hasse das, wenn die Munition nicht angezeigt wird. Wester. Sogar eine Level 3, Wester. Die hat man gerade auch, aber die hat uns auch nicht gerettet. Dann tun wir auch mal Suppressor drauf. Wenn wir schon jetzt mit einer Pistole rumlaufen, ne? Dann wollen wir, dass die Schall gedämpft ist. Wir müssen den irgendwo gleich abfangen. Ich habe keine... Was denn bitte für ein Waffen-Update? Ich habe früher mehr Sachen hier gefunden. Jetzt laufe ich hier nur mit einer Pistole rum. Gibt es doch gar nicht. Dann müssen wir den gleich abfangen, wenn der eine gute Waffe hat. Ich habe zwar viel Muni gefunden für meine Pistole, aber dann war es. Alter, hier war mehr Loot. Hier war doch mehr Loot vor dem Update, man. Hier ist ja gar nichts mehr. Da ist es, da ist es. Genau so. Da vorne ist es. Von der Läufer. Von der Läufer. Xackum, danke Mann. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Nochmal, ne? Willkommen im Oma-Paradies, du Eumel. Du Eumel! Verbreitet er kleine Lügen? Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Wenn er schon eine UMP hat, dann bin ich schon am Arsch. Die Frage ist jetzt, wo der weitergeht. Hat er jetzt oben schon gelootet, die Häuserreihe? Ja, hat er schon. Scheiße, das ist das letzte Haus, was der lootet hier gerade. Ach, fuck. Hoffentlich haut er nicht nach hinten ab. Boah, wir haben echt nur eine Pistole gefunden in unseren sechs Häusern. Krass, Mann. Sieben sogar. Da. Warte, wer ist jetzt nach rechts oder links gegangen, Mann? Ich hab den voll verloren. Eigentlich soll... Oh, da. Der hat eine Schrotflinte. Eigentlich sollte ich abhauen. Okay. Okay, zwei Hits hat der, aber... Zwei Hits. Ich weiß nicht, ob das in die Beine ging zum Teil nur oder sowas. Aber der hat eine Schrotflinte, ne? Ich hoffe, dass der keine Zweitwürfe hat. Wenn der nur eine Schrotflinte hat, gehen wir jetzt einfach ganz weit weg. Vielleicht checkt der ja nicht ganz von wo, aber der ist jetzt am Berg, Mann. Ist jetzt an dem scheiß Stein. Ach, scheiße, ey. Ach, scheiße, ey. Eine Tanke? Fuck. Wir müssen uns jetzt mit dem Pistolero machen. Pistolero only Lero. Wir kriegen da hin. Wir kriegen... das schon hin. Sobald er gleich hier reingeht, um zu looten, ja? Dann kriegen wir den. Da vorne rennt er schon. Oh, fuck. Okay, wartet. Wir haben den wieder gehittet, aber der hat sich wahrscheinlich auch schon geheilt. Also, was bringt mir der Hit dann jetzt? Das ist die Frage. Und der hat die Schrotflinte. Also, ich will gar nicht in den Nahkampf gehen. Ich hab gar nicht so die Lust, in den Nahkampf zu gehen. Das Problem ist, wenn ich den nicht töte, verschwinde ich viel zu viel Zeit, in der ich auch keine Waffen finde und shit. Na komm, wir laufen mal hier lang. Durchsatte er echt nur die Shotgun, dann sollte der wohl nicht so viel abziehen hier, ne? Der hat... Der bewegt sich gar nicht weg da. Ist hier zufällig irgendwas, was ich gebrauchen kann? Scheiße, man. Ah, shit. Okay, dann laufen wir vor in diese... zu diesen Häusern und gucken, ob wir noch eine Waffe finden, bevor der da alles gelootet hat. Dann stellen wir dem da die Falle. Ne, ich schaffe einen Nahkampf nicht gegen eine... gegen eine Shotgun mit einer Pistole. Die plättet mich mit einem One-Hit, wenn er gut trifft. Ach, scheiße, liegt auch noch eine Pistole. Ist auch nur eine Pistole. Kann ja auch noch was anderes liegen als Pistolen. Tolles Waffen-Update. Hey, man findet jetzt eine Million Waffen, aber nicht... nicht du. Du findest nur Pistolen, wenn du gar nicht. Oh, das ist auch was OMP-Igis. Wo zum Teufel ist denn der? Ja, der hat jetzt zum Glück Scheiße getroffen, aber... Boah, jetzt hat der auch noch eine Umb. Sag mal, dass hier eine Waffe ist. Sonst bin ich so weit von am Arsch. Hier ist keine Waffe drin. Wieder nur eine Pistole. Oh mein Gott. Wieso finde ich nur Pistolen? Oh mein Gott, auch nichts. Gar nichts. Das gibt es nicht, Mann. Ich werde verarscht. Ich werde verarscht. Nimm diese 20 Pistolen. Okay, jetzt überlebt es auf jeden Fall, wo wir jetzt sind und wo wir hinwollen. Wir müssen nur eine gute Waffe finden, dann ist ja schon eins okay. Wäre cool, wenn man zwei Pistolen nehmen könnte, ne? Oh, scheiße. Die ist schon gelootet. Aber hey, guck mal. Da hat einer eine Scar liegen gelassen. Seht ihr? Die anderen Leute, die können schon Scars liegen lassen. Soweit ist es hier gekommen. Ich habe nur keine Muni dafür. Aber ist ja egal. Okay. Nehmen wir mal die ganze Pistolen-Muni mit. Ey, 119 Schuss für die Pistole im Magazin. Das hatte ich auch noch nie. Aber ich nehme alles mit. Andere kriegen wir nicht. Paule, Mann. Vielen, vielen Dank. Für 13 Monate träumen. Auch mal Paradies. Danke, du Eumel. Vielen, vielen Dank. Freue mich, dass ich deine Konstante sein darf. Und ja, was macht Lars wohl gerade? Die Frage aller Fragen. Oh, eine UMP. Ich freue mich über eine UMP. Yeah, yeah. Sauber. Sauber. Ich habe eine Waffe. Ich habe eine Waffe. Guck mal, was die Leute alle liegen lassen konnten hier. Das sind für mich Schätze, was die Leute nicht genommen haben. Bei mir liegt doch ein Magazin, oder nicht? Ne, das ist von mir nachgeladenes. Das finde ich immer verwirrend. Wenn ich ein Magazin, der nachlädst, und die liegen dann da, und das sieht immer aus wie etwas, was man looten kann. Oh. Bad haircut. Ey, der Typ hatte auch noch nichts. Der ist doch auch mit einer Pistole rumgelaufen, oder sah das jetzt nur so aus? Witzig, Alter. Der hatte auch nur eine Pistole. Scheint so, dass das nicht das geilste Lootgebiet hier ist. Ich hatte nur eine Pistole bis gerade, und der Typ auch nur. Oh, der hatte auch irgendwie sonst gar nichts. Da bin ich auch noch mal mit. Komm, wir gehen auch noch mal in das blaue Häuschen hier. Ah, die Zone kommt. Na gut, ich kann mich dagegen auffallen. Das ist eigentlich gar kein Problem, aber wir laufen trotzdem ein. Prozedeme. Hier wurden noch gar nicht gelootet, die Häuser. Da ist überhaupt aber keiner von den Häusern. Schade, ich hab mal eher gewusst. Zone, Ausrufezeichen. Ja, ich weiß. Aber ist doch kein Problem, mein Freund. Die ersten zwei Zonen kannst du auch lange draußen bleiben. Das ist eigentlich gar nicht so wild. Reicht ja, wenn du Bandagen und Boos hast dafür. Schauen, ob hier was reingerannt kommt. Sieht gut aus, soweit. Sieht gut aus, unser Rücken. Also von so weit sollten die nicht kommen, weil da ist ja hier die Küste. da müssen die ja echt sehr spät losgelaufen. Warte, ist doch echt einer. Warte mal. Ich schieße jetzt nicht, weil sonst ist der hinter dem Abhang weg. Wir verfolgen den mal. Wo ist der? Da. Seht ihr, die OMP ist eigentlich noch nicht schlecht, Mann. Man hat halt genug Munition, um einfach im Spray versuchen, den zu killen. Stalker. Stalker. Gib mir das und das. Oh, der hat einen Dreierhelm. Und der hat einen Muni für mich. Perfekt. Aber so viel Gehr hatte der ja nicht. Der war jetzt auch nicht richtig gut equippt, sag ich mal. Aber schon gute Sachen auf jeden Fall für mich. Oh. Da kam noch einer von hinten. Da kam noch einer von hinten. Der ärgert sich jetzt bestimmt gerade, dass der mich nicht getötet hat, nachdem der schon so eine große Chance hatte. Lass mich mal kurz auffallen hier. Holy, holy, Maccaroli. Vielfach Scopes. Oh, gut. Nehme ich auch nochmal mit. Warte mal, der hat einen Extended Sniper Shit mit, aber hat der einen Sniper? Nein. Fuck. Der hat nochmal viel Muni für mich. Okay, ich muss mal los. Ist ja nicht so weit. Hey. Andamon. Vor mir ist was. Shit, der Typ hatte glaube ich eine M24 oder was war das? Oder war das schon eine Awe sogar? Der Sound war auf jeden Fall echt hart, aber er hat auf jeden Fall geschossen. Das ist das Problem. Auf wen hat der geschossen? M24, sag ich doch. Nehme ich mit. Hab ich jemand dafür? Ja gut, wir haben das vierfachen, achtfach Scope halt, ne? Aber was hat der denn geschossen, der Typ? Oder beziehungsweise auf wen? Rechts ist was Schall gedämpft, ne? Kann man echt nicht gut orten, ne? Schalldämpfer zu haben ist schon geil. Na gut, wir rennen jetzt mal vor. Wenn die sich das schon mal bekriegen, dann vielleicht ja schießen die nicht auf mich. Nehme ich nicht sehen oder so. Das war ein Jäger, es sollte Wildschweine geben an der Stelle. Oh fuck, hier vorne ist schon wieder ein Drop, ey. Ich hasse das immer, wenn Drops in der Nähe sind. Das zieht nur Leute an. Weil ich keine Lust habe. Vorne ist was. Scheiß Baumkron! Oh nein, sie ist jetzt schon in Richtung gegangen. Ich seh den gar nicht mehr. Was ist mir denn mal... Der hat einen M24-Hit kassiert. Der kann ja nicht mehr super viel haben, oder? Zumal jetzt auch die Zone kommt, sollte er dem schon gut was abziehen. Aber nicht, dass der hinter mir ist und dann mich außerhalb der Zone dann noch holt, ey. Das wäre jetzt scheiße. Da! Kann ihn leider nicht looten. Dafür habe ich keine Zeit. Also wenn mich was tötet, dann eher von rechts. Da ist auch jemand. Ich hoffe, der hat den Typen getötet, auf den der geschossen hat. Aber der hatte einen Schalldämpfer, ne? Hätte ich voll Bock, mir zu holen, den Schalldämpfer. Wie sieht's aus? Ist da vorne was? Ich weiß nicht, ob der den getötet hat. Ansonsten ist jetzt gleich einer vor mir. Nee, hier liegt ne Leiche. Sauber, der hat den getötet. Oh, das haben wir gut getimt, man. Das war zwar ein bisschen Glück, weil ich nur nicht genau wusste, wann er den killt. Aber Hauptsache gekillt. Suppressor. Sauber. Das ist gut, das ist gut. Okay, wo sind wir hier in der Zone drin, Mann? Der Baum ist mir ein bisschen zu dünn, ehrlich gesagt. Gefällt mir nicht. Nee, der ist mir echt zu dünn. Der scheiß Baum hier. Nur noch drei. Ich glaube, ich tue mal erst mal das vier... Nein, 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 nein. Nicht so. Das hätte mich jetzt noch umgebracht. Fuck, was mache ich denn? Oh, fuck my life, ey. Ich habe mich gleich noch... Jetzt hätte ich gleich mit vier und achtfach Scope hier gekämpft. Nett mir selber einen. ins Bein gehackt. Ich glaube nicht, dass links was von mir ist. Hier ist bestimmt einer direkt hinterm Berg. Und dann ganz am Ende noch bestimmt. So würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ist das hier gleich. Okay. Okay. Ich will halt nicht schießen, wenn es nicht sein muss, damit ich meine Position nicht preisgebe, ne? Es wäre mir lieber, wenn die anderen sich abschießen und ich dann irgendwie schon mal einen Vorteil habe. Aber ich muss gleich weit vor. Irgendwo hier muss was vor mir sein, Mann. Es kann nicht sein, dass hier keiner ist. Da ist was, links von mir. Und wo ist der andere? Ich muss den töten, bevor der im Baum ist. Boah, wieso hat der vier Hits ausgehalten, der Arsch? Hoffentlich kommt der nicht. Wenn der jetzt schlau ist, rusht der und dann bin ich am Arsch. Okay, der kam nicht. Okay, der muss dann gegenüber sein. Ich umrunde das jetzt, weil der Typ das ja gehört hat. Ich glaube, Krauchen ist viel lauter, oder? Kann das sein, ey? Irgendwo hier unten muss der sein, oder? Wo kann der denn sonst sein? Da. Da. Da steht man in der Zone. Ja, wir haben es. Wir konnten ihn gut festnageln. Schön, die mit der Zone arbeiten. Schön mit der Zone zusammenarbeiten. Ja, so funktioniert das. Jetzt haben wir zwar einen Kill weniger gekriegt, aber ich meine Hauptsache Gewinn.